Entweder der hier oder Porsche. Man sollte Meerschweinchen nicht als Versuchskaninchen verwenden. Oh yeah! Ich liebe Ihre niedrigen Preise. Warum wurden diese Hochzeiten abgesagt? Bei der war es ein Streit über den Ehevertrag. Oh, bei der hat der Brautvater eine rassistische Rede gehalten. Sie wollte blauen Rosen Schmuck. Er hat mit ihrer Schwester geschlafen. Torte, willst du mir die Ehre erweisen, aus meinem Magen den glücklichsten Säuresack der Welt zu machen? Du willst? Hey, genau, Tore! Zeit für eine Abkürzung. Dad, die Torte! Dad, unser Leben! Ist ja gut! Oh oh, die haben Vorfahrt! Morgen! Wer ist denn da allein im Auto? Maggie hat sich eingesperrt! Und der Schlüssel steckt! Was ist los? Zuerst die gute Nachricht. Zwei deiner Kinder sind nicht im Auto eingesperrt. Maggie! Wir müssen sie da rausholen. Babys dürfen keinesfalls auf dem Bauch auf einer Torte schlafen. Okay. Okay, der Ersatzschlüssel ist irgendwo hier drin. Wofür ist der Schlüssel mit dem Plastikschädel? Du, meine Kiste mit dem echten Totenschädel. Und warum haben wir so viele andere Schlüssel? Tja, wenn du lang genug lebst, dann fängst du an, Dinge anzuhäufen. Der ist von einem Tankstellen-Männerklo. Die machen das Brettchen dran, damit man nicht einfach mit ihm wegfährt. Die sind von einer Schlüsselparty, auf der wir waren, bevor uns klar wurde, was eine...